Musik So meine Kinderchen draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Obscuro 2 So, es hört, es ab und an mal hört ihr das Bumsen hier Das sind, das ist nicht hier im Game, das ist tatsächlich, das sind meine selten bescheuerten Nachbarn Die so laut rumtrampeln, es ist ein Mordopfer, ich hatte gehofft, dass ich nie im Leben sowas sehe Ich dachte an das Dings, was er da unten hat, okay Wir bräuchten nämlich das Passwörterbuch, hätte ich beinahe gesagt Damit wir wissen, welche Code-Kombination wir benutzen müssen Damit wir hier reinkommen, die gute Bude Ich meine, sie hat ja gesagt, oh nein Gott, wir müssen hier unbedingt weg Und er so, nö, 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 das finde ich cool hier Lass uns doch mal checken, was hier geht Wir brauchen, wir brauchen Namen von berühmten Menschen Können wir hier raus? Nö, ne? Ich meine, das war mal irgendwie ein Teil, wo man da so rausgehen könnte Wer ist denn berühmt? Das stellt sich hier uns die Frage Und die Frage ist, wie finden wir eigentlich heraus? Man hätte doch zuerst ein kleines Tutorial machen können darüber Ähm, was wir suchen Richard Salanino Salanino Sal... Warte mal Richard Salino Salino könnte vielleicht das Passwort sein Haben wir noch irgendwas? Hier liegt noch eine Leiche Wir müssen unbedingt die anderen Mordopfer finden Hat er gesagt Ja, es sieht leider ein bisschen dämlich aus Das, äh, äh Bild Liegt wahrscheinlich da an Weil es ein super altes Spiel ist Ich spiele das hier wirklich auch auf dem halben Monitor, ne? Äh, äh, würde ich das auf dem ganzen Spiel Und wäre das nicht spielbar von der Grafik her Weil hier sieht die Grafik einfach so scheiße aus Geh aus dem Weg, du Arschloch Ich kann eine richtige Sache sein Salino 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 Was ist an dem Dings hier in den Wänden? U-Dog Gehst es weg Ja, dieses Getrampel Das sind meine behinderten Nachbarnkinder, Alter Die sind extrem behindert Man soll ja nichts gegen Kinder sagen Aber die sind super behindert Nicht die Kinder, sondern die Eltern Die so etwas Die etwas dulden Dass die Kinder wie so Behinderten Durch die Gegend krabbeln Die sind wirklich Also das ist unglaublich Ich hab noch nie solche behinderten Nachbarnkinder Okay, Salino Probieren wir mal Salino Äh, Schlossknacken Okay Achso Wie gebe ich das in ein? Ne, so nicht Hä? Muss ich was drücken? Spieler 2, 3, Spiel bei Möchtest du? Nein Abbrechen Welcher 2, Spieler? Nein Warte mal Ach, fick dich Wie bestätige ich denn irgendetwas? Wird leer Ah, guck mal Hier kriege ich was Was soll das denn? Das passt ja Mo Hä? Hä? Wie heißt der Zar? Zar Li Alter, hört ihr das? Das sind meine behinderten Nachbarn, Alter Ehrlich No Okay, jetzt Ready War nicht richtig? Warum hab ich denn so viele übereinanderhängende Dinges? Ich hab da mal so eine Vermutung, was auch sein könnte Da hab ich irgendwie gerade auf dem ersten Puls rausgelegt Aber ich weiß nicht, wie ich geschrieben werde Warte Als ich das Rätsel da gerade gesehen habe Ah Oh Wieso denn Mozart? Aber das hab ich aus dem ersten Impuls rausgelesen gerade Als ich das gesehen hab Das Rätsel Da hab ich irgendwie Mozart gelesen Ja War das ein Tipp vielleicht? Hey Hey Was ist das Ding? Es lebt Es lebt Ich mag das nicht Ich mag das nicht, Cory Bleib mit mir, Babe Above all Nicht es kauf Hey, okay Ich bin nicht stupend Okay, jetzt kommen wir ja nicht mehr wieder raus, ne Das ist dämlich gelaufen worden Das ist ja dämlich gelaufen Ach guck mal hier Da hat jemand sich ausgetobt tatsächlich Die anderen beiden sind hier durch Wir werden glücklich sein, um zu überleben Überleben, 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 überleben Ja Ja, da kommen wir nicht hoch Ist dir schon aufgefallen, ne Die Säule blablabla Ich hab versucht gerade irgendwie Irgendwie ein Hinweis drauf zu setzen, was beim nächsten Mal passieren könnte Wie sie beide den Kopf angehoben haben Als ob da was wäre Als ob da was Guck mal, der hat ein Piercing Wie heißt die? May heißt die Naja, genau May kann nicht May Ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau Wir werden das alles mal unter die Lupe nehmen Nehmen Ne, warte mal Kollege, kannst du? Bist du, bist du Experte? Wir brauchen momentan gerade schon Ja, dann ist es sie Kann man nichts mehr machen Experte Oh mein Gott, die sind alle tot Ihr wollt wahrscheinlich ja rauchen In der Waschbecken ist überall schwarzes Pulver Was wollten die denn gerade Ach, diese scheiß hästige Blume hier, ne Die wollten sie rauchen Alter, die rauchen die Blumen Ja, kein Wunder, dass sich alle da so verwandeln, die Idioten, ey Ihr seid alles Idioten Idi, Idiot Ja Selber Schuld Upsi, Pupsi Das war schon, nachdem ich das kaputt gemacht hab So, warte Ach, das ist mein Dingens, mein Hockeschläger Mann, Digga, geh doch mal Ja, toll Ich verpasse immer den Eintritt zum Tier Verschlossen Oh, guck auf mein Popo Ich wackel mit meiner Kiste so schön hin und her Wackel mit meiner Kiste Yeah, yeah, yeah Ich wackel damit hin und her Da, 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 da Ach, guck, da war man schon dabei, ne Oh, ich hab mich erschrocken hier, scheiß Tür Okay, hier können wir nicht hin Müssen wir hoch Da oben war jetzt auch irgendwas, ne Leute, das ist die Schule, das schießt Den Gefängnis Victor Hugo Ups, Konrad, der hält die Menschen Da, 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 da Kulturen, bla, bla, okay What? Was wird das denn? Was ist das denn? Wir müssen die anderen finden Aber sie sind sicherlich hier Was ist denn das? Was ist das hier? Ich krieg immer so klein Obwohl das ein altes Spiel ist Was ist das da? Ich hab's ja schon mal gespielt, ne Damals auf der PS2, ne Damals auf der PS2 Da war der Tom G dabei Aha Damit wir hier Damit die Rückwege schon mal safe wechseln Keine Zeit zum Dartspielen, warte Ich wollte mal wissen, was das für eine Zettdose da ist Gehen wir weg da Den Schrank lässt es nicht öffnen Ja, weil sie die Schränke normalerweise nicht öffnen lassen, ne Ach scheiße, Leute Wir sind hier für immer gefangen Pech gehabt Was ist das denn da? Okay Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da Hier ist noch Diese Tür ist blockiert Schauen wir mal hier rein Tempo-Wern bla 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 Rap-da-da-da-da La-da-da-da Geschritte Was ist das Ort? das ist 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 das campus keine zeit zu lesen diese tür ist blockiert alle türen sind natürlich blockiert auf eine party blockieren wir alle türen damit hier keiner flüchten kann auf einer geilen party na 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 hat das geht nicht kaputt na 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 hello what's going on da muss eine menge geld sein wenn die es war einfach nur eine pistole das ding ist schon vertrocknet schade halt ich ne betrocknete blumen wusstest du das schon hier war in der letzten folge und hier war alles nicht zerteppert ey der war vorher noch nicht da der kollege also der war noch nicht da als wir hier mit den anderen beiden links gelaufen sind mit amy und kenny nur diese scheiß spielkonsole haben wir da hingeschoben das waren wir aber so ein kram haben wir hier nicht verunstaltet gut das weiter geht ok was war noch das war das war das war Ich bin da, Mae, und ich will ihn lebenswürdig sehen. Hashtag, ich bin großartig. Okay. Oh, was ist das? Was ist das? Guck mal hier, das ist ein Magazin. Ja, 9mm-Pistole. Haben wir ja nicht, ne? Aber vielleicht können wir nachher die Items tauschen. Sind wir jetzt nur wegen dieser Dinges hier? Wir können uns auf jeden Fall vor den Monstern verstecken. Das ist das, was ihr wirklich wollt? Geh weg, du dicke Sau. Du kannst brauchen immer, dicke, Strom. Ja. Du kannst uns hier auf jeden Fall vor den Monstern... Ja, ist ja schön. Woher willst du wissen, dass es hier Monster gibt? Du hast hier kein einziges Monster gesehen, Digga. Aufladen. Okay, was hat er hier zu vertellen? Komm. Hier gibt es nichts. Komm, wir hauen hier ab. Alles klar. Das ist eine klare Ansage, die wir immer brauchen, ne? Hier gibt es nichts. Komm, wir hauen hier ab. Huch. Auf, na. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Eisdreck, ne? Oh, mein Nase juckt. Und Gehirn juckt auch. Haben wir eine Karte oder so? Oh, nee, haben wir nicht, ne? Die anderen beiden sind ja über dem Dings abgehauen. Hier, guck mal. Oh. Ach so, natürlich. Das war diese... Diese Bibliothek hätte ich mal gesagt, ne? So ein... Was kann er denn damit anfangen? Untersuchen. Ach so, er kann da somit gar nichts anfangen, wa? Zurück. Leer. Schade. Kannst du was... Das ist was für... Für, ähm... Dingskirchen. Kann damit auch nichts anfangen. Hatten wir da mit Amy drauf geguckt? Denk eher weniger. Doch. Hatten wir. Damit haben wir doch die Kombination vom Safe rausgefunden. Können wir hier das Ding hier kaputt machen? Kann man... Kann eh den Schrank öffnen. Uiuiui. Ist das aufregend! Hallo, Amy. May. May, Amy. May, Amy. Scheiße, wir kommen ja nirgends wo mehr hin, wa? Was ist hier los? Vielleicht sollten die sich mal beide untereinander unterhalten. So, von wegen, so, äh, hey. Trophäen sammeln und der Universität? Ernsthaft? Das ist nur so ein kleines Beistelltischchen hier, Alter. Dann ist die Universität aber nicht so große Klasse, wa? Wo geht das hier längs? Irgendwas klemmt dahinter. Die anderen sind irgendwo hier, Corey. Lass uns sie finden. Äh, nee, wir wollten hier gerade nur rumpimmeln. Okay, aber auf jeden Fall ist ja schon mal auf die Idee gekommen, hey, da oben ist ein... ist ein Gang, ne? Und da sind wir ja auch beim letzten Mal hin. Springt. Ja, mein Gott. Oh, was kann der da alles? Nach oben. Was? Was soll der denn? Muss ich dir irgendwas anderes drücken bei dir? Hier, so ein bisschen... Ja, komm! Klimmzügel! Ah, gib alles, Junge! Geil. Und Siso bleibt dann da unten so lange. Ach, hochheben. Oh! 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 Pull me up! Pull me up! Alter! Komm! Geh weg hier! Nächste Weg, geh weg! Ai, ai, ai! Oh, nein! Nicht wieder! Geh! Das war gut. Ich fühle mich nicht mehr. Alter! Spannung! Nase juckt. Augen jucken. Spannung pur. Halt deine... Halt deine... Oh, okay. Man, these guys are real bookworms, huh? There's blood on the floor. Better be careful. Was ist hier passiert? Leben oder sterben. Noch ein Maker-Scene. Ach, ach, ach. Ein Maker-Scene. Warum hat die das nicht mitgenommen, die andere hier? Die Amy, der hat doch die Köpfistole. Alter, warum besteht der Typ mir and down im Weg? Ich dachte, das ist so eine... Zeichen mit denen. Oh Gott! Oh, come on! Get this thing away from me! Ow! Why are you doing that? Wow. Irgendwie geht's nicht so gut, ne? Irgendwie, irgendwann... Oh, noch blutiger als vorher. Noch blutiger als es schon vorher war. Amy! May! How are you? Are you okay? We've been worse. You haven't seen Sven in June, have you? Oh! Quite a specimen you got there. Who are you? Richard James. I teach biology on campus, and I mentor the Delta Theta Gamma Brotherhood. What are these things? For now, all I can say is that it is, or once was, human. The organs are all still there. There are these purple marks all over it. This... This is Matt. I... I recognize his tattoo. But we saw him not that long ago. He was fine. It's that flower that's done this. Flower? That one we smelled. Given the nightmares I've had, I'm inclined to agree. Students remain as they are, quite oblivious of certain biological law. We took an energy drink to fight off a headache. Maybe that counters whatever it is that makes you go crazy. Hell, I don't know. I haven't felt anything. I'm going to do some tests on this flower and this... student. You'll find an exit if you go through the dance hall. Good luck. Good luck. All right. Spritze für das Serum. Wait. The resistance of these things comes from the special proteins contained in their blood. They are especially concentrated around the heart, which contains tissue that oxidizes more slowly. Ah. Use this syringe to take some blood directly from the organ. The oxidized proteins will give you an energy boost. I assure you, it's completely... Ist das nicht ein bisschen abartig, Leute? Da ist ein Speicherraum, Leute. Wir können wir speichern, speichern, speichern. Ja. Ja. Ah, okay. Wieder da am Leben. Es scheint, dass man dummerweise nur einmal speichern kann, ne? Immer einen Schritt beiseite, Uschi. So, wo sind wir hergekommen? Wir kamen von da und wollen nach dort. Ich glaube, hier sind wir so ziemlich safe. Lass mal kurz checken, wie es weitergeht. Was ist das denn hier? Das ist, was so für starke Männer, ne? So, Kenny. Kenny, 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 Junge. Komm mal. Ja, du. Was? Ich brauche schon mal Kenny ausgegen. Hey, hey! Stop. Fuck you. Ich wollte meinen Partner nicht tauschen. Na ja, Gott. Starker ich hin. Yes. Go away. Ich mach das schon. Aber richtig ist immer diese epische Musik, ne? Party des Todes. Ich glaube, ich erinnere mich so ganz dunkel an. Wobei, ich glaube, im ersten Teil gab es auch so ne, so ne. Oh. Aber kann man die Lampen irgendwie ausrichten auf irgendwas? Oh. 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 So, loslassen. Die Frage ist, guck mal, ich müsste das hier am besten mit Dings machen. Warte mal. Mit, äh, ich weiß gar nicht, wie der andere Vogel heißt. Mit, ich nenn ihn, ich nenn ihn Puhbär. Wir müssen das am besten mit Puhbär machen. Puhbär, komm mal her, wo ist Puhbär? Hey, wo ist der denn jetzt hin? Ja, Junge, ach da. Ach, nö. Warte mal, hör mal auf. Let's go. Yay. Jetzt ist so richtig Manpower angesagt hier. Weil er da hochspringen kann, deswegen. Glaub ich sollte... Ach, Kacko. Jetzt hab ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ach, wer könnte da hochspringen? Ähm... Hat sich das nicht schon entfernt gehabt? Kann er das nicht? Das kann nur... Das... Das ist da. Okay, ich glaub, das ist weg. Loslassen. Geh mal ein Stück runter. Genau. Die merkwürdige Aura. Höh! Ach so, der Junge muss das schieben hier. Wo ist der andere denn hin? Da. Greifen! Wir werden... Alle vermöbeln! Alle vermöbeln! Wer hätte denn diese komische Spritze gehabt jetzt nochmal? Wo ist er hier, oder? Wo ist er noch so näher jetzt da? Geht es den beiden echt so schlecht gerade? Ah! Much better! Ha! Much better! That did the trick! That did the trick! Ha 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 ha! Okay, komm. Ach so. Das sollte reichen für dich, junger Mann. Ich kann da mit Eise hochkommen. Ja, 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 ja. Es muss ja ein Weg geben, um diesen Feuerflug zu freiwillig zu lassen. Okay. Nein! Ach du Doofkopf! Wolltest du mich verkeilen? Das Gute gewinnt immer! Deine Mutter ist auch Schnee in der Sonne. Ah, hier können wir nochmal speichern. Alles klar, hier sehen wir. Ah, guck mal, hier sind wir außerhalb, genau. Stopp, 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 stopp! Ja, speichern! Ahaha, speichern! Oh. Draußen haben wir den super Endgegner nennen, ne? So einfach lassen die uns doch richtig weg, Mann. Oh, scheiße. Hey, your party sucks, dude! Wow! Das hat sich jemand schon für das Autofahren entschieden. Hey! Mein Auto ist nicht weit von hier! Komm zurück, du retard! Hey, answer me! Ich bitte dich! Was ist es, Jun? Oh, Mann. Warte mal. Oh, Mann. Ich bin Angst, ich bin Angst. Ich bin Angst, in meinem Raum. Ich bin Angst, in meinem Raum. Stay woher du bist. Hade woher du kannst. Just wie wenn wir Kinder waren, okay? Ich komme. Mann! Mann! Was ist passiert? Wir werden zu holen, meine Frau. Kenny! Wir brauchen dich! Wir brauchen dich! Ich kann nicht. Ich bin aus Mediziner, und ich brauche es nicht. Ich bin zu fühlen. Ich bin so wütend. Ich muss nach dem Krankenhaus gehen. Oh, oh, oh. Sie werden schon gejagt, ja? Hier können wir nicht hin. Sie können mich dafür bezahlen. Niemand hat meine Räume zu verletzt. Jeeze, Louise! Es ist nur ein Auto! Es ist das Quintessentale Automobil! Ja! Wir brauchen wirklich meine Schottenkuss jetzt. Okay, dann. Ich folge dich. Ich habe keine Wahl. Die anderen sind bereits verlassen.